Boah, das ist doch cool! Oh, das ist wie ein Rennen! Oh, das ist voll cool die Autos! Schöne Rennen machen wir! Oh, das ist auch cool! So, jetzt haben wir nochmal kurz etwas für die Rohren. Der STW wird mit der Stadt klar gemacht und dann geht es noch einmal auf eine Runde oder ein paar Runden mit dem STW. Bitte die Streckenbosten oben die Strecke umbauen wieder. In den nächsten 5 Minuten. Entschuldigung, was ist STW? Was ist das? Das war damals eine Super-Tour-Wage. Was? Ach so! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja, das sind natürlich andere YouTuber, die ja alle rumrufen sind, die mit Geld verdienen. Dann haben wir heute Sache, macht den ja Videos und mit denen machen. Das ist nichts mehr Besonderes. Tickt auf Instagram. Heute ist es mit mir aufnehmen, das hochladende, moderne Hobby. Was ist jetzt nicht machbar, oder? Ja. Was ist jetzt machbar, oder? Was ist das ein paar Minuten? Ja. Sau. Schneller 36er. Zweitern wie sowas. Als 316i. Anzug auf der Futter, 100 allein. das ist klar Das war's, der Text. Okay, look at this. Okay. Okay. Okay, look at this. Okay, look at this. Okay, look at this. It's not too hot. 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 It's 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 hot. Cool. It's hot.